Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Let's Play Force. Wir Let's Playen hier wieder TDM-Nascha-Kanäle. Naja, was heißt wieder? Wir wurden vorhin verbannt, was nicht wirklich nice war. Aber wir dürfen hier die M5K benutzen, das ist doch ja schon mal was. Und du hast es wieder geschafft, dreimal einen Satz Let's Play zu sagen. Ja, das kann auch nur ich. Und die Runde fängt mehr oder weniger gerade an. Deswegen hauen wir direkt rein. Und das ist kein Hardcore. Das ist normal. Komm, wir sind drauf rein. Er hat mich von mir. Er hat mich von mir geschickt. Alter, willst du mich verarschen hier? Wollte er mich von hinten ficken? Und da kommt der Nächste von der rechten Seite. Ich meinte, ich meinte links, links. Das war kein rechts, das war links. Okay, entweder man geht rein, oder ich weiß es nicht. Ich habe doch da einer gesehen. Na klar, ich töte den einen und der Nächste geht da. Ich kriege schon wieder die Krise hier. Ich hole gleich wieder die M5K raus. Okay, jetzt habe ich es gehört. Wir haben gerade die scheiß Führung verloren. Komm, du siehst du das? Hättest du wohl so gern. Was? Nein, das darf nicht wahr sein. Komm, ich bin von links schon wieder. Leute, jetzt flug mal ein bisschen rum. Sonst wird es langsam langweilig. Ich bin noch nicht drin, aber schon gerade. Alter, ich schieße die Füße ab. Alter, Alter. Das ist, das fehlt, wenn man G18 gewöhnt ist und dann hat man eine 39er, beziehungsweise eine 93er. Wow. Alter, ich raff hier im Moment gar nichts. Ich werde immer zu deinem Team. Aua. Das wäre zu ohne ausgeglichen. Magst du bei mir rein joinen? Wo bist du denn drüben? Ja. Ja, noch kann ich. Warte. Ich probiere mal in die zu kommen. Warte, ich erstelle mal kurz den Squad. Das ist wohl gelassen. Okay. Na, komm einfach in mein Squad, hier, wo ich bin. Dann haben wir wenigstens Munition drin. So. Sprint. Das ist perfekt. Sprint? Ja, du hast Sprint drin. Du hast Spezialisierung. Du weißt doch noch, was Spezialisierung ist, oder? Nein. Wie nein? Du wirst mich verarschen. Ach, verarsch mich doch nicht gegenseitig. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Ich würde mich hier ab. Ja, ja. Ich würde ja jetzt lieber wieder campen. Oh, ein Container. Alter Vater, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Hinter euch, hinter euch, Leute. Verdeck. Alter Vater, wer hat mir meinen Arsch gerade gerettet? Ich ganz bestimmt. Nie einem Gegner hinterher rennen. Adam macht 0, 1, 9, 12, 6. Nein, hat er mich noch gekriegt. Oh, ich hab alle beide. Ah, es ist, geht doch. Ja, ja, UMP. What the fuck, ey. Alter, ich komm mir ja gerade gar nicht klar. Ich töte einen Gegner und noch 10 sind vor mir. So eine Bure, wie der da auf dem Boden sich ane bliebt und leider kriegt. Ja, ich hasse es, wenn die am Boden liegen und du siehst die nicht. Alter, komm jetzt. Oh, ich lebe mich wieder. Schneller. Schneller. Stirb. Genau, er überlebt mit 1% Leben hier, oder was? Nein. Ey, ich hole gleich die M5K raus, dann zeige ich dir hier mal. Mike, ich würde Team wechseln, während es noch geht. Ah, jetzt auf einmal wechselst du, ne? Wieso kann ich Mike zu uns? Doch, der ist jetzt bei uns. Komm direkt in unser Squad rein. Hm. Und deine Spezialisierung bitte wechseln. Brr, 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 brr. Erstmal vom Hinten kühlen. Pass, ich komm weiter. Wenn ihr euch das Let's Play anschaut, ich komm mit der scheiß Waffe ja gar nicht klar. Ey, ich hole direkt die M5K raus, dann haben wir es hier. Ah, klar, ich bin vorne drei Leute erst mal bei mir hier. Das ist natürlich... Los! Habt ihr es gesehen? Den messer ich, den messer ich. So, eins gemessert. Das war zwar der andere, den ich messern wollte. Alter Vater, wollt ihr mich hier verarschen, oder was? Alter! Die kommen, sie kommen, da kommt einer am Minimap, da kommt der. Also, er hat rumgeleckt. Also, Vater. Ihr müsst euch das Let's Play anschauen. Das ist so krass, wie ich rumleck. Ja, guck mal, von hinten, da oben, Mann. Ja, wir haben trotzdem gekriegt. Ich würde wieder die Wicke. Ja! Ich würde wieder die Wicke. Noch nochmal, der Bremi. Ah, Alter. Warum muss man so ein Wicke-Sniper auf Noscher-Kanäle sein? Wer wiederbelebt mich andauerlich hier mal? Wer ist so dumm, Mann. Stell ich hier, dass da 20 Leute sind. Oh, Mann. Dumm, halt. Oh, ja. Wir führen. Komm, Junio. Wir können das schaffen. Und von hinten, na klar. Aber, süße. Aber, süße. 2-AKD. Genau, und noch mehr sind der Dreck-Sniper, Mann. Rangt nur mit Messer rum. Ich muss gucken. Ja, na, 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 na. Der Hände, Sniper. So. Also, ich hab, ich hab, ich hab nix mehr gesehen. Nix mehr. Alter, hier sind 20 Stück bei mir. Alter. Ich bin da vorne ficken. Das hat eben 5 Stück oder so ausgefüllt. Da hab ich dich gemerkt. Oh, ja, ist halt Profi. Das musst du, das muss ich aufgenommen haben. Ey, das darf einfach nicht wahr sein, ja. Ich hab da noch mal. So, ich komm jetzt auch mal von hinten. Stirb. Ah, das ist der Vater, wo es mit dazu bin ich. Alter, voll mit 3 Stück. Alter, gegenseitig eliminiert. Das darf ich nicht wahr sein. Wann sei? Falsch im Spielen. Träf ich einen mit einem 320. Alter, Vater. No. Wo du her stehst. Wow. Na klar, mit ner Pumpe. Jetzt kommen sie mit Pumpen an. Alter. Alter. Nein! Hat er mich gemessert. Das darfst du bewusst zu bereuen, du dreckige Nutte. So was sagt man nicht. Nutte. Beschmutzt. Du hast die Welt beschmutzt. Möchte ich nicht mehr hören. Okay, sehr. So was verletzt mich tief durch. Außer ich verstehe ja nicht mehr. Die Hilfe von denen ist erledigt. Komm schon, jetzt nur noch den Rest. Over. Ein Homo von hinten. So, hier. Du bist da an der Welt. Mike, ich hab dich wiedergelebt. Na klar von oben. Das darf nicht wahr sein. Ich krieg schon wieder die Krise hier. Ja. Na klar. Oh, oh. Er lebt mit Lamer. Weil seine Mutter... Ach, ich will seine Mutter schon gar nicht mehr beleidigen. So oft hab ich sie schon beleidigt. Und warum wieder blieb kein Idiot im Kumpel? Da, das ist er. Das ist die Schuld deiner Mutter. Weil die? Weil die so eine hässliche Claymore ist. Deine Mutter ist ein Claymore? Ja. Wusstest du das nicht? Mhm. Ich spür's ja eins mit da draußen. Gut, ach, scheiße. Ich wollt schon sagen, liegt der schon wieder da, der Pimmel? Hinter dir. Hätte ich zwar messern können, aber wir gehen auch Nummer sicher. Ich spür's grad an einem, vorbeigemann, ich glaub' ich glaub' ich hab' Na klar. Doch, an drei Stück sogar. Verartig dich, Alter. Doch. Ah, ist er hinter dir. Ja, da kommen jetzt einige. Ah, da kommen wir die Feder, dann... ...so krass mit ner AK reinschießen. Hvp, AK? Ne, ich nehm' mal die KH wieder. Damit manche Leute nicht sagen können, ich bin so ein Noob. Ah, Gutei. Okay, das ist keine Map für die KH. Ich glaub' ich nehm' doch die, die halt. Der MP ist gut auf der Map. Tja, es ist, diesmal hat's nicht funktioniert. Und ich sterbe, weil die Granate einfach liegt. Wat? Wann hab' ich denn die Granate geworfen? Klar, Worte. Vielleicht ein andermal. Meint ihr, es ist jeden Tag Ostern? Was? Alter. Ich hör' den Mike gar nicht, Typ. Ich auch nicht. Habt ihr Bock auf uns, oder was? Sehr wahrscheinlich. Delta, der Tod von oben. Oh, der Gefährliche. Hau' auf, du mir nicht weh. Dein Bombenahme. Also stell' uns schon alle, 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 alle. Laser, okay. Florian 6517. Ey, warum? Also, Panos99, Grease. Okay, das ist ein Name, kann man sich anhören. Microsoft ebenfalls. Und von hinten werden wir abgeschlossen. Fall. Der Delta zum Beispiel, ist auch ein nice Name. Aber wie kann man mich hier Brambo 168 und noch was nennen? Ich mein, oder kriegt man solche Namen? Macht man so ein Abonnement? Komm, wir ins Gesicht schüssen. Solche Namen. Die sind einfallsloser. Alter, wo liegen die balinierte Ecken? Wichsen sich ein, Mann, mit mir, mit mir, mit mir, mit mir, mit mir, mit mir, mit mir. Oh, nee. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Alter, es liegt rum. Ich will nur nicht hoffen, dass ich rausfliege. Nein. Nein, nein. Okay, ich bin auch nicht rausgeflogen. Verreckt du mit der RPG, Mama. Und, ja, so eine 2er KD. Oh, hinter dir. Oh, hab ich von hinten gefühlt. Wollte ich jetzt rufen. So, sie. Und da liegt schon wieder dieser Idiot S.H.D. Christo. Deine Mutter ist ein Christo. Mit einem G? Ja, mit einem G. Seine verfügte Claymore und sein verfügtes MG. Ich geh jetzt wohl. Mike, hinter dir. Gleich mal, Rütze. Bist du? Und der nächste mit einem 5K. Alter. Null Service das und du killst mich mit einem 5K. Soll das eine Beleidigung sein? Wenn ja, sie ist gelungen. Du hast mich zutiefst beleidigt. Das hättest du nicht tun sollen. Leicht spüren wir vorbei. Ja, wollen wir ja auch hoffen hier. Ich muss nämlich gleich arbeiten hier. Was hast du für'n Beruf? Mechaniker und Karosserie-Mann und so weiter und so fort. Comprende. Also alles, was mit Autos zu tun hat. Ja, ob sie mich eigentlich an. Also, wobei schon was Autos sind, ne? Ja, natürlich. Ich bin doch nicht von gestern. Aber da bin ich. Da bin ich für ein paar Jahre alt. Alter, ich geh drauf. Ich wusste das. Habe aber noch einen mitgenommen. Tust du auch Autos lackieren? Nein. Alter, natürlich. Karosserie-Mann. Da tut man lackieren und alles. Oh, nice job. Oh, ja. Das ist es wirklich in der Kar. Nice job. Hübsch, und ist der Arsch, hoffentlich ist es noch nicht zu bekommen. Oder? Buh! Alter. Das letzte Klick musst du ja keinen mehr machen. Komm, die letzten. Die letzten Tickets. Ich bin auch heute umverschämt. Und werde auch direkt hier auflegen und Tschüss sagen. Ich muss jetzt sofort arbeiten. Komm, lassen wir uns noch zweimal killen, dann haben wir verloren, dann haben wir es hinter uns und so weiter und so weiter und so weiter. Nein, der schafft es nicht. Nee, ich hat es einfach nicht. Ja, Leute, es hat mich gefreut. Ich bin jetzt unverschämt. Ich stopp direkt das Aufnehmen. Es hat mich gefreut nochmals und ich habe schon wieder eine Zweierkade und das ist nice. Mike Panos, ich grüße euch. Bis zum nächsten Mal. Ja, wer immer auch mitmachen möchte hier, der weiß ja schon, wie ich es machen soll. Einfach uns ansprechen. Und so weiter und so weiter und so fort. Nachrichten, eine Nachricht schreiben oder so weiter. Leute, es hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.